Sag mal, was macht ihr denn da? Was esst ihr da? Hallo, dürft ihr das? Echt? Darauf geschissen heute? Na ja. Also weißt du Markus, du bist jetzt gerade hinter der Kamera, ne? Ja. Und wenn die Kamera aus ist, wer hat uns das erlaubt heute? Zeig mal deinen eigenen Eisbecher mal. Der ist schon halb leer, der war eben noch. Ich bin aber nicht auf die E. Wer hat denn heute Wettkampf? Also ich glaube, das ist ein modernes Bodybuilding. Oder wie war das? Ist das ein modernes Bodybuilding? Ja, und das Ergebnis wissen wir aber nicht. Wir spielen hier gerade mit unserer Form.